Die Zahl der Intensivpatienten mit einer Covid-19-Erkrankung hat in den vergangenen 24 Stunden deutlich die 300er-Schwelle überschritten. Seit Montag sind 25 an Covid-19-Erkrankte auf den heimischen Intensivstationen dazugekommen. Damit befinden sich nach den Zahlen vom Gesundheits- und Innenministerium mit Dienstag 317 Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion auf den heimischen Intensivstationen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Montag liegt bei 5398. Das Überschreiten der 300er-Schwelle ist deshalb wichtig, weil laut dem aktuellen Stufenplan Stufe 2 sieben Tage nach Erreichen von 300 Corona-Intensivpatienten in Kraft tritt. Mit dieser Stufe gilt dann in der Nachtgastronomie und ähnlichen Settings sowie bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze mit mehr als 500 Personen eine 2G-Regel. Das heißt, nur mehr Geimpfte oder Genesene haben dort Zutritt. Außerdem sind in Stufe 2 Antigentests mit Selbstabnahme die sogenannten Wohnzimmertests österreichweit nicht mehr als Nachweis für Bereiche mit 3G-Eintrittsregel gültig. Der für einen falschen Montag also, einen Feiertag, extrem hohe Dienstagswert, der deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5154 liegt, bringt auch einen sehr schlechten Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Die liegt jetzt bei 403,9 Fällen pro 100.000 Einwohner. Derzeit gibt es fast 50.000 Fälle von aktiven Corona-Infektionen. Genau sind es 49.469 und damit um 2.401 mehr als am Montag. Das wird auch von mir vermutlich kreifen. Ich finde, es bleibt auch das sind 4G. Und das ist keine schmerzenden Spielkennot motag. Diese urge dass du dich in den deliberatelyen persecuted nicht mehr als coloured genommen hast. Untertitelung des ZDF, 2020